Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Leichendorf bei den LD Trails. Wir machen eine kleine Runde Game of Bikes mit Louis. Und schnick, schnack, 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 schnack. Ha, geschnitten. Ich habe ihn geschnitten. Er hat ihn nicht geschnitten. Dann muss ich anfangen. So, wir müssen jetzt hier den Flicksprung mit einem No-Food machen. Was soll No-Food machen? Meiner hat gesagt normal. Ah, also doch normal, okay. So, dann jetzt Louis und... Kann man ihn zählen lassen? Was? Nein. Lass mal zählen? Ja. Also, wird gesählt. Louis wäre hier über die zwei kleinen Tables. Und einen kleinen Rib machen. Let's go! Wo war der Scheiß? Ey, der war voll echt nicht schlecht. Was? Fabio? War nicht. Keiner war so überzogen. Der war voll überzogen einfach. Kleider Sprung, Alter. Ich bin dran, ne? Mhm. Das nehmen wir an. Weg, los! Also, ich möchte jetzt hier drüber springen. Halte! Findest du gut? Oh, Junge! Oh, Junge! Oh, Junge! Das ist ein Turm. Da oben hast du dein kleiner Küst. Ja, Louis hat jetzt B erst mal. Und will an dem zweiten kleinen Table dann einen One Food machen. Ah, Scheiße! Hab ich beschissen gefilmt, Alter. Wie egal. War der? Ja! Okay. Oh, Mann. Haben wir versucht einen One Food? Der war richtig klein und hässlich. Aber ich blende es noch mit Slow-Mo ein, dass ich auch wirklich schauen kann, dass der weg war. Die Füße waren weg, aber wirklich nur so ein Stück. Jetzt ist der Louis dran. Nee. Machst du nicht? BI? Nee, komm doch. Okay, Louis will am zweiten von den kleinen Tables einen Tire-Tipp machen. Hey, wie ist das? Ja, der war clean. Ich fahre möchte jetzt hier diese zwei Wellen dubbeln. Jetzt könnte ich sogar... Oh, 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 oh! Alter! Alter! Ach, die Zweife! Oh, oh, oh! Alter, bin ich schnell gekommen. Louis? Stopp, Louis! Oh, 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 oh! Hast du den Augen? Ja, aber übelst! Oh, 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 oh! Geht's? Oder musst du krankenwagen? Weil sie schon gerippt haben? Weil sie schon gerippt. Ha? Weil sie schon gerippt. Fab, ich filme noch, ne? Vielleicht passiert dir noch was. Oh, okay. Als du jetzt irgendwie umknickst, das wäre noch lustiger. Oh, die Arme. Aber ich nicht. Er hat sich den Haar aufgerissen. Ich schwöre es dir. Ich habe meinen Arsch aufgerissen. Was? Nee, nee, nee. Wie fühlt ihr sich? Scheiße, Alter. Riecht schön die Rippen. Dann schaut es vielleicht irgendwann auf beiden Seiten gleich aus. Und wie geht es? Wie fühlt ihr sich? Scheiße, aber weiter geht es. Also, ihr habt es gehört. Weiter geht es. Oh, Muslime. Also, ich hätte eine Idee. Und zwar einen halben X-Ab über diese Ninnig-Springchen. Einen halben X-Ab? Ja, halt so. Okay, hält es einfach. Einen halben X auch. Äh, ja gut, übrigens, falls es jemanden interessiert, mir geht es gut. Ich bin hier noch ein bisschen aufgeschürft, an den Knien wahrscheinlich und, ja, halt damit. Zeig mal deinen Hintern. Und? Oh, aber der ist fein. War der? War der? War der? Der? Ja. Okay. Ja. Ja. Ich will an den kleinen Tablet, das ist also irgendwie der kleine Table-Man, einen Nose-Punk machen. Da war zwar nicht schön, aber okay. Lass mich jetzt hören. Lass mich doch. So, jetzt bin ich dran und ich call einen Pickup-Baspin. Kannst du da? zwei Pickup-Baspin. Das war nicht mal einer, nimmst du den Second-First-Try? Nimmst du den Second-First-Try? Ja, ich nehme den Second-First-Try. Okay, den Second-First-Try. Was, ich mach doch. Los, mach. Nee. War scheiße, aber okay. B E zu B E. So, Louis' turn. Let's go. So, Louis' turn. Sehr gut. Und ich habe gesagt, sauber drüber. Deswegen würde ich sagen, Mick, dein Einsatz eigentlich, ne? Äh, lass uns mal gut nach vorne. Ja, also, er hat B E. K E. hat leider verloren. Und das werden wir definitiv nochmal wiederholen, denke ich mal. Irgendwie Street-Fund oder so, keine Ahnung. Aber die Methode ist ehrlich gesagt alles ein bisschen weh, so rippen am meisten. Deswegen, jetzt kommen nochmal ein paar Outtakes und dann würde ich sagen, ich glaube, bis zum nächsten Mal. So, Louis macht sich bereit für den krassesten Sprung seines Lebens. Er wird... Oh! Oh! Schade. Er will nen Mauler machen. Und der drüben versucht die ganze Zeit jemanden... Filme einfach. Na lass ihn dann. Lass ihn dann. Lass machen. Er hat er wieder nicht geschafft. Eier!